Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder für euch von BYD Aktien News dabei. Wir schauen uns an, was hier wieder los ist bei BYD. Wie immer kurz, knapp und kompakt für euch. Gehen dann auch noch auf den Chart gemeinsam ein. Also was hier jetzt gerade charttechnisch wichtig ist. Und wie gesagt, schauen uns die News an. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Wird mega spannend. Und bevor wir jetzt starten, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo da lasst und auch gerne die Glocke aktiviert, um kein Video und auch kein Update von den spannendsten Aktien mehr zu verpassen. Würde mich freuen, wenn ihr hier mit an Bord kommt. Und dann starten wir mal direkt mit den Aktien News gemeinsam. Und heute auch wieder zurück mit Kamera. Ich hatte hier bloß ein paar technische Probleme. Tut mir leid, nochmal an dieser Stelle dafür. Jetzt aber wie gewohnt zurück in alter Form. Und jetzt schauen wir uns mal so ein bisschen die BYD News an. Genau, im letzten Jahr hat der BYD neben weiteren asiatischen Ländern auch bei uns in Europa angefangen. So wie zum Beispiel in Belgien und Holland. Bei uns ist der angekündigte Verkaufsstart noch ein bisschen geschoben. Also der steht noch aus. Ist jetzt aber kurzfristig auch geplant. Also sie sind hier angekommen, auch hier in Norwegen und so. Wie gesagt, sind hier sehr, sehr präsent. Und man plant bereits den Markteintritt hier auch in Großbritannien. Und auf dem weltweit zweitgrößten Automarkt ist man aber noch so ein bisschen zurückhaltend. Die Rede ist von der USA. Komme ich auch gleich darauf zu sprechen, warum das so sein könnte. Ja, und in Großbritannien wie BYD eben noch in diesem Quartal mit dem Verkauf der ersten Fahrzeuge auch schon anfangen. Die Neuzulassungen fielen bei Fahrzeugen 2022 hier in Großbritannien aber auf ein 30-Jahres-Tief. Aber die E-Fahrzeuge haben mit einem Anteil von 17% einen deutlichen Zuwachs erhalten. Und da sieht man eben das Potenzial jetzt auch für die Zukunft. Und der erste Handelspartner hat hier BYD bereits ausgewählt. Gestartet wird ja mit dem SUV-Modell Atto 3. Und in den USA hält man sich eben hier derweil noch zurück. Man hat hier bei einer Detroiter Beratungsfirma eine Studie über den Aufbau von dem US-Vertriebsnetz hier in Auftrag gegeben, um eben Empfehlungen über die Anzahl an Verkaufsstellen auch zu bekommen, also seitens von BYD. Und aufgrund der politischen Unsicherheit noch zwischen China, USA und auch dem Inflation Reduction Act, also dem IRA kurz abgekürzt, ist der Markteintritt in absehbarer Zukunft ein bisschen unwahrscheinlicher. Ich kann es mir jetzt persönlich schon vorstellen, dass langfristig das geplant ist. Wie gesagt, es ist der zweitgrößte Automarkt auf der Welt. Also da denke ich schon, dass man vorstoßen wird. Aber der IRA sichert hier in den USA hergestellten Fahrzeugen einen Rabatt eben von 7.500 Dollar zu. Und die Frage ist natürlich auch, wer würde mit einem solchen Nachteil anfangen, hier Autos zu verkaufen? Macht da aus margentechnischer Sicht vielleicht hier gar keinen Sinn, hier zu starten, weil man da einfach die Margen deutlich runtergedrückt hat. Und deswegen ist die Expansion zumindest kurzfristig da erstmal eher unwahrscheinlich. Aber auch ohne Fahrzeugverkäufe in den USA ist BYD zuletzt rasant gewachsen. Und das darf man nicht vergessen. Das heißt, dieser Riesenautomarkt steht ja für die Zukunft noch offen. Also Potenzial ist hier einfach eine Menge da. Und man hat hier neue Märkte erschlossen und erschließt auch weitere, wie jetzt mit Großbritannien. Man möchte ja auch in Japan und Indien sich gut aufstellen. Also man expandiert ja schon in großer Linie, muss das aber auch schaffen, wenn man diese hochgesteckten Ziele erreichen will. Und deswegen bin ich mal gespannt. Schreibt mir jetzt gerne unten die Kommentare, ob ihr BYD weiter in eurem Depot habt. Ich sehe die Langfrist-Aussichten persönlich sehr, sehr gut. Und wir schauen uns jetzt mal an, was der Chart macht. Wir stehen hier bei 26,91 Euro. Auch der Chart hat sich hier wieder deutlich verbessert. Wir konnten uns hier wieder lösen. Aktuelles Jahrestief lag bei 19,82 Euro. Auch da stehen wir wieder deutlich drüber. Vom Jahreshoch sind wir schon noch ein gutes Stück entfernt. Das liegt bei 41,58 Euro. Nächster Widerstand sollte jetzt hier die 200-Tage-Linie sein. Unterstützungszone wäre jetzt hier die 50-Tage-Linie, hier in gelb gesehen und die starke Unterstützung hier im Bereich der 20-Euro-Marke. Das sind mal so die psychologisch wichtigen Grenzen beziehungsweise die charttechnisch wichtigen Grenzen. Und ich bin gespannt. Vielleicht kommt auch irgendwann der Markt in den USA. Ich bleibe für euch weiter dabei, auch wann BYD hier wirklich endgültig den Verkaufsstart bei uns beginnt. Und bin gespannt, was sie uns auch für dieses Jahr bereithalten, ob es weiter mit den Rekorden geht. Auch allein jetzt mal die Absatzzahlen im Januar bin ich gespannt. Also so im Februar irgendwann, Anfang, Mitte Februar wird das, denke ich mal, bekannt gegeben. Werde ich für euch auch wieder ein Update rausbringen und deswegen auch hier immer euch auf dem Laufenden halten. Ja, und wenn euch mein Video und mein Kanal gefallen hat, dann lasst euch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da. Aktiviert noch schnell die Glocke, um hier kein Video zu verpassen. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war's.